knopf ist das war das hier einmal nicht drauf geachtet hier habe ich das gefühl dass ich nur über den bridge walk rankommen und das da hatte ich eigentlich schon mal gedrückt aber egal wie bin ich noch mal hier ach so das war dieser tolle umweg da diese underground passage die ich nicht noch mal begehen will wobei hier runterfallen konnte ich hätte aber schwören könnte sich da was aufgemacht hätte oder irgendwo anders das wäre echt mies wenn hier doch was wäre für hier hier hat es nur so zugemacht und hier komme ich nicht ohne den zahnrad schlüssel rein das ist echt mal schwieriges rätsel hier da war ein teleporter ok ich glaube ich verstehe langsam oder auch nicht hier okay hmm ich hasse diese getimten rätsel genau wenn ich in den teleporter reinsteigt passiert das so oder war ich etwas zu langsam ok ja ist das jetzt hier wirklich nur für das secret wo hat mich das jetzt hingeportet auch wieder hier hin außer in der truhe ist was wichtiges und nein da war ich wieder zu schnell wobei zu schnell ist das falsche wort ah mist da war ich zu langsam wieder zu schnell so ein secret maces benutze ich nicht ein emerald ist ok stuff defense 32 jetzt hätte ich stuff defense gebraucht du bist ein prismic hm das buch können wir mal mitnehmen der mace bleibt hier ok ok das war die rösung dieses rätsels buch mal zu ihm einmal zu ihm einmal zu ihm ich höre hier irgendwo eine tür auf und gleich wieder zu gehen das problem ist ich sehe diese tür nicht es ist nämlich nicht diese tür hier und so rum durchwerfen kann ich auch nichts und hier nochmal was rein zu werfen bringt auch nichts das macht ein porter da auf noch einen zweiten hm das war zu kurz ok alles versuchen was einem so in den sinn kommt ok das war richtig doch noch nicht stehen bleiben will tipp doch doch wir müssen das auch das war ich nicht das war die die Ah, danke. Ha. Ha. Ah. Gut. Ja, gut, 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 gut. Kapiert, kapiert, kapiert. Mano ist voll. Genau deswegen. Oh. Genau, greife ruhig meinen Krieger an, der hält, also mein Waldläufer, der hält mehr aus. Jetzt muss ich mal kurz gucken, Stuff Defense, Stuff Healing. Wie viel Mana kostet das? 60, oh. Da bleibe ich doch lieber bei, erst mal bei Health Recovery. Wobei ich jetzt ein bisschen Bammel habe, es geht nämlich wieder nach oben. Genau davor. What the fuck? Da ist der Zahnradschlüssel. Ich höre Stein auf Stein im Norden. Okay. Ich bin wieder hier. Okay. Okay. Gut, ne Abkürzung. Das bringt mich allerdings immer noch nicht an die Bolzen hier ran. Ja, gut. 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 Aber ich komme an den Bridgewalk. Aber wo ich mich an den Bridgewalk versuche. Ah, hier sind wir noch geschlossen. Ähm. Tanken wir mal wieder schnell. An unserem, unserem Shell Crystal of Trust. Okay. Das war die Sache. Das war falsch. Ach, da muss ich lang. Das war mein Federpfahl. auch mein Herz. Ähm. Dumb-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Dumb-dum-dum-dum. Ähm. So, quicksave und Wo falle ich denn da hin eigentlich? Da ist Treppe Da falle ich in einen neuen Bereich Und ich hab das hier immer noch nicht gelöst Und das hier ist ein separates Ding Okay Ups Ja, ich wusste doch, dass sich von hinten was anlagt Nur, dass wir jetzt mal runtergefallen sind So werden wir nämlich erstmal das Gespinne hier los Eine Fackel, die mir wieder zu schwer für dich ist Ein Kraut Spinneier Der Weg nach oben So vais mal Dennis Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Amy Tschüss See itor 撻 Tschüss